Musik Der Kreis Recklinghausen ist mit seinen über 612.000 Einwohnern der bevölkerungsreichste Kreis in ganz Deutschland und nach Köln die zweitgrößte Kommune in Nordrhein-Westfalen. Mit der Tradition des Bergbaus im Herzen verbindet der Kreis das grüne Münsterland mit der Emscher Lippe-Region als bedeutenden Industrie-, Bildungs- und Wirtschaftsstandort. Zudem wird mit vielen Angeboten in Freizeit, Natur und Kultur Lebensqualität für alle angeboten. In den vergangenen Jahrzehnten hat sich der Kreis mit seinen zehn Städten als ehemalige Montanregion neu erfunden, setzt unter anderem auf innovative Energieträger wie Wasserstoff. Aktuell stehen ihnen immer noch insgesamt mehr als 60 Hektar Flächen auf den ehemaligen Zechengeländen zur Verfügung, die zu modernen Gewerbestandorten entwickelt werden wollen. Musik Musik